Alter... Heieiei... Ich hab noch was, Alter, bei einer anderen. Ist ja der Film weich, krass. Ich hoffe, alles. Oh Gott, was hat da so eine Reichweite, der Angriff? Ich bin gleich wieder da, ich hol mir noch mal was zu trinken. Ich bin nur froh, dass er noch keine Witz auf dem Kartoff. Rene, versuch den R2-Angriffe zu drücken. R2? Ja, das sind die Aufgeladenen. Wirk die Cobra. Warum nicht L2? Was? Ja, weil die FB verbrauchen, die brauchen wir für Rycard. Okay. Würdest du mich bitte loslassen? Ich schmecke nicht. Danke. Sehr freundlich. Ach, und die sind ja auch viel schneller. Ah, das ist ja genial. Okay, ich bin auf jeden Fall ein Idiot. Wissen wir. Jetzt hätte nur noch gefehlt Einsicht und so, ne? Nein. Alles gut, ich kann das ab. Hier muss jeder... Nein. Was? Hier muss jeder so ein bisschen einstecken können. Ja, wirklich. Wenn man austeilt... Wer austeilt... Ja, aber ich teile doch nie aus. Wer einteilt, muss auch ausstecken. Was? Wer einteilt, muss auch ausstecken. Die müsste dann ja am meisten ausstecken. Die müsste dann ja am meisten ausstecken, weil muss ich ja auch... Oh, du hast mich noch erwischt zum Glück. Ach, Gott sei Dank. Warte, ich halte dich hier nochmal hoch. Habe ich dich erwischt? Ja. Die müsste dann ja auch nochmal rüber, ne? Das ist wie ein Witz. Das ist wie ein Witz. Rene, komm her. Komm her. Weil ich nicht mehr allzu viele Heilungen habe. Ach ne, ich habe noch vier. Alles gut. Sodom. Äh... Oh nein, er macht Totenkopfdinge. Ich will keine Totenkopfdinge, hau ab. Hau ab. Der macht ja aber früh. Dann guck mal euch, der Welt im Stream. Ja, er ist ein Frühzünder. Aber man muss schon sagen, so... Stärke Glaube in Elen Ring ist schon verdammt stark. Geh mir mal... Ja. Man hat zwei richtig starke Waffen. Einmal von Raikard und einmal von Maliketh. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Blut ist das Beste. Okay. Klar, Blut ist natürlich sehr stark. Aber es gibt ja auch viele, die nicht auf Blut spielen. Ja, ich mache ja gerade so einen Glaube Versuch, äh... Run, aber ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll. Aber jetzt sagen viele... Das würde ich dir... Problem ist, du kriegst richtig gute Glauben Waffen erst so im Altus Plateau. Okay. Ja, also das ist wirklich sehr spät. Ja. Ähm... Was willst du denn machen, René? Willst du Glaube Stärke oder Glaube Dex? Metal Kobold. Metal Kobold. Metal. Metal. Kobold ist on. Oh, oh. Hi Kobold. Komm schon! Ah, der hat ihn noch erwischt. Oh, fuck, 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 komm, komm, wir hier. Metal, Leute. Habe ich dich erwischt? Ja, und... Machst du. René? Ah, warte, ich bin abgelenkt. Der ist aber auch gerade voll auf dich fixiert, der irgendwie, ja? Achso, du bist gerade auf dem Kempfung. Ja, ich... Du hast dich auch mitten im Bissi gesetzt. Du hast da... Okay, danke. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich mache mir bis nächste Woche Gedanken, wenn es weitergeht am Donnerstag. Ähm, nicht. Ich habe einfach nur gedacht, Glaube und auch mit Anrufung mal zu... Ich wollte halt nicht zaubern, aber ich wollte schon eine Waffe auch haben auf jeden Fall. Ja, klar. Welche Waffe ich dir empfehlen kann, wenn du jetzt zum Beispiel Glaube Dex machst? Das ist auch die einzige Waffe, wo ich weiß, die geht auf Glaube Dex. Boah, ja Kobold, danke. So weit alles I.O. Ist die... Ähm... Unten im Keletum ist ja dieser... Gottskind. Ah, ja. Und danach ist eine Waffe und die geht auf Glaube Dex. Nein, nein. Das ist... Dieses gehühlte Schwert und das oben herum immer breiter wird, gell? Ja, dann komme ich auf jeden Fall nochmal an das Schwert zurück. Oh nein. Was macht er jetzt? Ich will es nicht wissen. Äh, er ruft einen Sturm von Totenköpfen. Royals glaube ich. Ich wäre in Ordnung, aber ist hier mal abge logar würden. Jawoll! Ich wische da bauen, Alter. Äh, gg! Ach nee, ich hab mir ja nicht selbst gg了. GG Nice Jungs GG Cool